Hallo Marco, lange hat es gedauert, endlich ist er fertig. Leider konnte ich dir die Originalabschaltplatine, wie ich dir sie in dem Video gezeigt habe, also von dem Video, wo du es gekauft hast, nicht einbauen. Die Chinesen haben mir die Ladeabschaltung nicht nochmal geschickt, nachdem ich zwei Ladeabschaltungen reklamiert habe. Deshalb ist jetzt die alte Ladeabschaltung reingekommen. Ich denke, dem Design tut es nicht so viel an Abbruch. Und mal gucken, ob die jetzt durchhält. Also, einschalten. Und dann ist das die Normaleinstellung, also hier ist off. Und der auch in der Mitte, so soll es losgehen. Und wenn man jetzt nach oben schaltet, hat man erstmal die halben Stufen drin. Jetzt muss man aber hier erstmal auf 1 schalten, dass die Ladeabschaltung angeht. Auf was habe ich es eingestellt? Auf 14,5 Volt habe ich eingestellt. Okay. Jawohl, läuft los. Und dann wollen wir mal gucken, ob er aushält. Sieht gut aus. 2,9 Ampere haut er schon mal rein. So, hier oben sind die halben Einstellungen sozusagen. Mal gucken, was passiert, wenn ich den Knopf jetzt hier rüber drücke. Ja, ändert sich. Ja, das ist Vorwiderstand. Warte mal, ist das schon die... Ach, das ist mit Vor-LED-Modus. Alles klar. Also das ist eigentlich dann der Freizeug-Modus. Mit LED. Und ich glaube, wenn man dann nach rechts schaltet, hat man volle Pulle drin. Okay. So, das war der halbe Modus oben. Und wenn du 16 Volt Lithium-Akkus hast oder sowas, dann kannst du auch mal herunterschalten. Auf volle Pulle-Modus. Oder ist das jetzt der halbe Modus? Ach, nee. Okay, alles klar. Ja, habe ich mein eigenes Ladegerät wieder gelernt. Also unten ist der halbe Modus. Genau, unten ist der halbe Modus. Da kannst du kleine Moped-Batterien so bis 10 Ampere Stunden oder 20 Ampere Stunden laden. Dann hier mit entweder Vorwiderstand, LED-Vorwiderstand. Hier drin geht dann so eine LED an. Oder ein reiner Festwiderstand. Und hier kannst du dann extra noch am Potentiometer auch nochmal dann eine Feineinstellung vom Vorwiderstand vornehmen. Okay. Weiß ich auch wieder, wie es funktioniert. Also dann war unten die Halbeinstellung. Und oben ist dann volle Pulle sozusagen. Und dann gehen wir mal richtig auf volle Pulle und mal gucken, wie lange es durchhält. 3,8 Ampere. Ja. Sollte so sein. Sollte halten, normalerweise. Und dann sollte es auch abschalten. Okay, Marco. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Auf Feedback bin ich gespannt. Wenn irgendwas damit sein sollte, sag mir sofort Bescheid. Ich will ja auch, dass das Ding weiter funktioniert hier. In diesem Sinne. Mach's gut und bis bald.